Was geht ab bei euch auf der Erde? Hier ist TeraFox, gesendet von der Erde. Und nun sehen wir ein neues Sonic-Fangame. Sonic Illusion, vom gleichnamigen Entwickler. Technical Demo. Ist noch eine Demo. Dazu so eine Macken, aber hier kann man schon mal einstellen, ob tags oder nachts. Wir spielen tagsüber. Hier gibt es einen Skilltree, den ich so richtig verstehe. Und äh... Ja, es gibt, äh, starten wir das Spiel. Play. Okay, wir haben einmal die Demo Zone. Und haben wir Sunset Tiles. Demo Zone habe ich noch nicht durchspielen können. Wir fangen einfach an mit der Demo Zone. Ja, so, Demo Zone. Und äh... Ja, wir sind hier Sonic, ganz in modern 3D. Und mit X boostet man. Mit Y kann man sich zu Supersonic verwandeln. Aber das lassen wir erstmal. Wir spielen jetzt aus normaler Sonic. Und mit ein bisschen... Ob es auch ein bisschen nervkitzelt hat. Oh man, was ist denn das hier? So. Scheiße. Falscher Knopf gedrückt. Na, was soll's? So. Und jetzt kommen wir hier. Auf den Springer. Über Speedpad. Und wir fallen ins Wasser. Was soll denn? Oh man, Mist. Oh. Das ist die Demo Zone. Oh man. Hier sind wir aus der Wasser gekommen. Das wollte ich gar nicht machen. Wir sagen, wir haben keinen Boost mehr. Irgendwie müssen wir hier hoch, glaube ich. Oh man. Sowas Dummes auch. Deswegen gefällt mir die Demo Zone nicht. Ich hab schon mal ein Let's Play gemacht. Aber ich hab vergessen irgendwie das Mikrofon auszuwählen. Das hat meine Sprache nicht aufgenommen. Deswegen spielen wir das hier jetzt nochmal. Die Demo Zone habe ich nicht angespielt. Aus diesem Grund hier, weil das irgendwie verpackt ist. Ah, das ist da wohl. Wir hier. Hauen ab. Hier hat das hier auch. Auch nicht ganz. Auch etwas merkwürdig programmiert. So, dass man das hier im Hintergrund anwählen muss. Wo alles unscharf ist. Hier Kling of Play. Neben andere Zone. Sunset Heights. Kennt wir von Sonic Forces. Und jetzt schaut euch mal die Grafiker an. Das sieht umwerfend aus. Alles brennt. Und. Wir. Ja, wir düsen über die Strecke. Irgendwann. So ein Boosten. Na, wenn ein paar Badniks sind, dann kann man gut boosten. So. Homing Attack. Jetzt kann man nicht noch Ringe sammeln. So. Jetzt hier drauf. Ja, geht doch. Ah, verdammt. Haben wir nicht bekommen. Haben wir einen Checkpoint bekommen? Keine Ahnung. Ist auch nicht so groß das Level. Ist gleich zu Ende. So. So weich mal aus. Die Badniks lassen wir in Ruhe. Und hier ist schon das Ziel. Mal gehen wir zu was. Ja, gehen wir zu was noch nicht rein. Mal gucken, wie das aussieht. So. So sieht es aus, wenn man zu was noch nicht reingeht. Okay. 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 Wir haben Level 1 erreicht. Level 2 sogar. Und. Ja. Jetzt kommt das Beste an dem Spiel. Es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Ich drücke auf A, drücke auf B, drücke auf C, drücke auf XY und so weiter. Es geht nicht weiter. Es ist irgendwie mit Enter. Hier geht es auch nicht weiter. Das Spiel hängt tief. Das Spiel ist jetzt. Wenn man. Im Result. Result. Screen. Im Result Screen. Hängt das Spiel. Ja. Es geht nicht weiter. Okay, Leute. Das war es dann wohl. Von mir erstmal. Danke fürs Zusehen. Das war es Sonic Illusion. Und. An euch wieder. Bleibt gesund, Leute. Und. Ja. Bleibt cool, wie ihr seid. Und von mir gibt es noch einen Daumen hoch. Und zwar. Für euch. Hier kommt der. Wo?